Nicht smocken! Nun nimmt sich Lung eine Zigarette an. Lauch kommt dazu und sagt, Hör auf mit dem Scheiß, Lung! Jetzt mischen sich auch Hoi und Vanessa mit ein und sagen ihre Meinung. Es reicht, ich gehe. Ciao, Hoi. Ciao, Vanessa. Später am Abend gehen die drei nach Hause. Drei Tage später bekommt Laureine einen Anruf. Was? Lung liegt im Krankenhaus wegen schwerer Atemnot? Ich gehe ihn besuchen. Nun ist Laura mit Krankenhaus bei Lungen. Es tut mir leid, ich werde nie wieder rauchen. Es ist schon okay. Ich gebe dir eine zweite Chance. Danke.